Weihnachtszeit Erna Rodenwald Auf der Erde ist wieder Weihnachtszeit. Die Enkel im Himmel wissen Bescheid. Damit niemand sieht, was das Christkind jetzt macht, wird es später hell und früh wieder Nacht. Jetzt möchte man das Kind in den Himmel sehen. Doch um diese Zeit darf das nicht geschehen. Und schaut das Christkind ins Fenster hinein, dann hüllt es die Erde in Nebel ein. Manchmal klagt Petrus, ich sehe so schlecht. Dann rückt ihm ein Engel den Sessel zurecht. Der Engel ruft nach Frau Holle, der Petrus braucht Ruh. Komm, schüttel die Kissen und deck ihn zu. Doch kaum hat die Gute das Kissen gebracht, da machen die Engel ne Kissenschlacht. Schneeflocken wirbeln, es schneit, es schneit. Auf der Erde ist wieder Weihnachtszeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017